Ja, mir ist das so passiert, was man manchmal so liest, was aber selten passiert. Ich wurde quasi entdeckt, in meiner Schulzeit noch. Nein, ich habe natürlich das Boot ziemlich im Kopf, den Film habe ich so oft gesehen. Aber ich kann nicht sagen, da ist ein Satz, der mein Leben unter ein Motto stellt oder mich begleitet. Im Boot gab es schon, da spielte ich ja den romantischen jungen Mann, der eine Freundin in Frankreich hat und immer Briefe schreibt. Und das war so eine Liebesgeschichte quasi außerhalb des Boots, die halt nur in den Briefen quasi stattfand. Kennen Sie den Blumenladen neben dem Café Alami Perot? Also da rede ich mit Grönemeyer über die Freundin eben. Naja, die Bavaria-Film war für mich schon anfangs so die Heimat. Weil also hier war eben Boot und viele, viele andere Sachen, die ich dann in den 80er und 90er Jahren hier gedreht habe. Es ist ja, glaube ich, sehr, sehr viel über den Film bekannt. Also wir haben ja dieses Modell, das Innenmodell, die Dekoration war ja in drei Teile separierbar. Und man konnte eines dieser Teile eben auf diese acht Meter hohe Wippe stellen, mit der man die ganzen Bootsbewegungen erzeugen konnte. Sodass halt wirklich die Lampen schief hingen und die Schauspieler schief hingen. Und das waren tolle, sehr anstrengende natürlich auch, aber auch wirklich ganz tolle Dreharbeiten. Und tatsächlich, also am ersten Tag auf diesem Ausflugsdampfer, wo der umgebaut war und wo man vorne auch nochmal unseren U-Boot-Turm draufgestellt hatte, sodass man da halt halb nah und nah und sowas machen konnte. An diesem ersten Tag hing die halbe Mannschaft über der Reling und ging vielen nicht so gut.